herzlich willkommen zurück zu einer folge happy und es ist donnerstag 18 30 und ich hoffe es geht euch gut ja nichts besonderes ist passiert ja eigentlich gar nichts vor lands macht spaß ja ansonsten ja es ist eigentlich nichts passiert es gibt nichts es gibt nichts aber wir da geguckt hier haben wir waren letztes mal stehen geblieben ich wollte eigentlich ein level aus der letzten folge noch weiter spielen da weiß ich überhaupt nicht mehr wo das war und das sind schon so viele neue dazugekommen deswegen spiele ich jetzt einfach mal das fange ich jetzt mal wieder oben an ja und sehr gerade der megakiller 99 hat ein piece mit level gemacht ja und ich habe so das gefühl als wir das kennen würden das kommt mir nämlich so bekannt vor aber egal wir werden das einfach mal ausprobieren ist alles klar ja schön die woche fast rum morgen noch freitag dann wieder wochenende sehr gut sehr gut wochenende ist immer gut wieder ausschlafen mir fehlt echt ein bisschen schlaf aber momentan bin ich ausgeruht ja also es gibt keinen grund zur besorgnis ja ja die jemann ein glas wäre ganz nach deinem geschmack ohne nippel die bremsen oder die den kopf abreißen die nippel kollidieren noch mit dem glas und nicht mehr mit dir das stimmt ich kann einfach durchfahren hammer geil very noob noob naja ok was easy ist doch vor ok lol medium lol ich bin tot alter oh ja ja ich reib dir meinen arsch ins gesicht so ne man gg das stinkt oh mein gott ist das bescheuert jetzt muss ich mal echt aufpassen dass ich mir die ganze glas kommt ja ok das ist ja wirklich noch ziemlich einfach ok ok alles klar irresponsible steht da impossible ja toll heißt das schaffe ich jetzt gar nicht ok das ist sicherlich da müssen wir mit voll speed dran da müssen wir mit voll speed dran ok das reicht so ne mann das könnte jetzt wehtun schnall dich an ok ich bin angesteuert alter schwede und noch ein lol ok da klärt gar nichts mehr hier drüber springen ja oh god red 5 in self replay habe ich jetzt geschafft oder nicht ich habe es geschafft ich bin aufs ziel drauf gefahren ich habe es geschafft also habe ich es geschafft ich habe es geschafft ich habe es geschafft p-sweet hardy glas nur noch eine frage weil der hardy einfach cool ja cool ist nein ich wollte doch in das andere rein oh mein gott wie bescheuert pizmi challenges so ne mann ja hallo hardy glas break ist ein bisschen verpackt wenn es nicht geht überspringen beim nicht mal besser versprochen okay oh das ist geil oh ja naja gut hardy unschaffbar nein komm lass mich durch lass mich durch was ist du bist ja ein witzigen das ist definitiv nicht machbar alter verzieh ich sag mal du komisches glas hier so nee das ist nicht machbar das ist auf keinen fall schaffbar auf keinen fall nee das ist nicht machbar aber wir können ja da hinten hoch habe ich gesehen checkpoints mich doch was war das denn wcf lecker nougat checkpoint nein ich wollte doch gar nicht da rein okay das war direkt die strafe direkt die strafe für das das nein ich will nicht so drüber macht nicht so ne mann out ich hab noch anderthalb arme jetzt bottler run ja wie fragezeichen ja bottler run aber geil jungen ein level mit keinem stil stern bürger king hey hast du auf bürger junge okay der hat bock das geräusch ist hartkommäßig schlecht für meine rohren pils me drop hart alles klar ist immer gut das war okay aber das ist machbar dort das ist nicht einfach ich muss mehr speed drauf haben nein wo das ist aber schwierig nein heißt es muss springen abgehen ja nein aber wie soll man das denn schaffen da wird der total zerfetzt dann nein Okay, kommen wir da anders hier so ja ja Okay, das ist aber machbar Ja okay Leck mich doch an den Nudel, ey, was ist das denn hier Gott, wir springen Mann, lol Wieso hältst du dich denn noch an einem scheiß Sackwave fest, Mann? Jetzt aber Ja Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Oh, ja, nein Oh, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Lol Ja Nein Alter, das Level ist aber echt hart Das ist aber echt hart Ich hab ja nicht losgelassen, der Sack Der Sack lässt nicht los Lass los Nein 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 Das geht doch gar nicht klar Ja Oder auch nicht Oh, Gott, nein, bitte nicht Was? Das war Knappi Das war Knappi Knappi Fuck, fuck Knappi Knappi, Knappi Schappi Oh Okay, nochmal Ein Versuch noch Sonst ist mir das zu doof Ach komm, leg mich doch am Arsch Das ist mir zu doof Das ist mir zu doof Oh, mein Gott Pro Pogo Mein Elftes Level Viel Spaß Mild bei Nico Hassau Lol Ich sollte doch den Pogoman nehmen Nimm den Pogoman Brahmann Brahmann Lol, da spring ich What the fuck Da spring ich ja voll Voll easy lächer drüber Mir ist ja voll keine Herausforderung Ja, hier Einfach so Geile Tricks Machen wir hier Tricks 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 Komm schon Jetzt Jetzt Nein Komm schon Ja Nein Oh Gott Leg mich doch Am Sekala Lol Ja toll Mit einem Bein Oh Nein Nein Mit einem Bein geht das nicht Das weiß ich schon Der stößt sich da nicht mehr richtig ab Weil da voll der Mongo ist Da seht ihr Ach, das ist doch Bullshit Ist das doch Aber da spring ich ja eben mit einem mal drüber Ja Nein Lol Oh mein Gott So, Piet ist aber auch keine Herausforderung hier Was ist das denn? Was ist das? Oh mein Gott Was ist das denn? Komme ich da wieder raus? Ich habe meinen Kopf Zwischen Das gibt es doch gar nicht Komme ich da wieder weg? Komm schon Mein Helm Oh mein Gott Mein Helm Gott Jetzt Komm schon Alter Sieht das kruppelig aus Juhu Okay Okay nochmal Das war jetzt aber echt Pech Das war Unglück im Unglück Nein Gott jetzt Komm schon Komm schon Ja 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 Nein Nein Nicht wieder zurück Warum nicht wieder zurück? Wir wollen nicht zurück Wir wollen vorwärts Vorwärts Schritte machen Okay Okay jetzt aber Das ist machbar Wie Gott Ich war da schon drüber Mit dem Kopf Mit dem Kopf Ist der drüber Ja Ja So Loll 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 Ja komm schon Komm schon Komm schon Ich kann aber Loll Ach so Das bedeutet Wenn ich unten durchgebe Bin ich ne Pussy Okay Ja easy going Easy going Komm schon Mach schon Oh Fuck Ist dann da nicht mit dem Ah Gott Muss ich mir gucken Ob mit dem Licht Licht Alles okay Alles okay Licht Gib mir Ja Oh Loll Was ist das denn jetzt Was macht er denn Für krüppelige Dinger Loll Haha Loll wie geil Leck mich doch am Arsch Was ist das denn Okay Ein Versuch noch Ein letzter Versuch Komm schon Ein Versuch noch Ein Versuch Ach komm schon Komm schon Komm schon Bitte 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 Komm schon Komm schon Bitte 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 JAHUH Jetzt gib Gast Du Geiler Mongo JAHUH JAHUH Sehr gut Jetzt gehen wir einfach unten durch Scheiß noch drauf Was machst du denn Das schon da für ne Scheiße Okay Wir haben grad voll Lack gehabt Bei der Vor der letzten Runde JAHUH 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 Jetzt muss ich aufpassen Jetzt hab ich so ein Ding im Arsch Ja komm das ist doch scheiße So nächstes Level hier Ach ja Fragen Fragen Fragi 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 Frag doch mal Eine Frage Hey Heidi Was hast du für ein PC Und bist du damit zufrieden Was kannst du auf meiner Facebookseite Wenn du da drauf kommst Und auf die Infos klickst Dann kannst du den kompletten PC sehen Weil das Erstens weiß ich das nicht auswendig Und zwar ist das Hammer anstrengend Das jetzt alles vorzulesen Aber da steht alles Nur die Info nur für dich Ja Da kannst du alles nachlesen Und ich bin Hammer zufrieden damit Außer dass es natürlich Windows ist Aber ähm Ansonsten bin ich sehr sehr zufrieden damit Ich kann mich nicht beklagen Drei Dinge Links oder Rechtshänder Rechtshänder Augenfarbe Braun Sternzeichen Fische Ja die verträumten Fische Ich bin ein verträumter Mensch Fische sind nun mal leider so Also Zwar impulsiv Aber trotzdem Komm ich heute nicht Kommst du morgen So in dem Sinne Ganz easy Aber da ist in Ordnung Das ist in Ordnung Ähm Haben wir noch Ähm Was hättest du von Square Enix spielen Und mit einer von euch mal Kingdom Hearts let's playen Also ich glaube nicht Dass das irgendjemand let's playen wird Aber Square Enix finde ich Ziemlich geil Weil es eben geile Japano Rollenspiele sind Also ich stehe total drauf Finde ich gut Ja Ähm Hm Boah was für Fragen Ey Was hat man noch hier Pokémon oder Digimon Pokémon oder Digimon Ohne Scheiß Gute Frage Ich finde Pokémon viel besser als Digimon Für mich war damals Digimon einfach der Übelste Abklatsch von Pokémon Deswegen habe ich es nicht akzeptiert Vor allem wenn die Dinger sprechen konnten Fand ich voll langweilig Ich meine Ich fand das viel besser Dass Pokémon so eine Tierart für sich waren Oder solche Wesen Die auch nicht mit anderen kommunizieren können Jedenfalls nicht gescheit Ja Durchs Reden Aber dass die Digimon dann reden konnten Ich digitiere zu Spackomon Und zu Ultra Mega Fuzzimon Oder so ne Scheiße Ja Ne Digimon fand ich kacke Ja Oder Oder Ultra Digitation zu Hackfresse Oder so ne Scheiße Ne Ne Digimon fand ich immer kacke Also das Ne Pokémon geht nix über Pokémon Pokémon war ja immer geil Obwohl ich Pokémon mittlerweile auch nicht mehr so cool finde Weil das ist einfach viel zu viele Viecher Also so die erste Staffel So die 150 151 Ja Fand ich immer noch am besten Eindeutig Also da geht nix drüber Da geht nix drüber Willkommen zu Pits Willkommen zu meinem Level Okay das ist halt ja wohl relativ einfach zu sein Alter der arme Sohn Oh man Der leckt mir am Arsch Oh das ist aber gemein Das ist aber gemein Oh Gott Kommt er nochmal wieder runter Goll Alter leckt mich am Arsch Ich weiß nicht Wer will jetzt schafft Dass das doch schöner ist Oh ne doch nicht Okay Wir heizen da jetzt einfach volle Kanone durch Huuu Nein So ne Mann Oh So ne Mann Oh Gott Bremsen an einem Fahrrad sind immer gut Oh Was war das denn Ein so ein Teil Wo ganz viele draus geworden sind Achtung Ganz langsam Attention Very slow Yo Nein Fuck Das ist doch wohl ein Scherz Okay das ist hier einfach Einfach Ja Einfach Einfach So ne Mann Nein Ja komm mal geht's Okay jetzt muss ich mal gucken Oh Oh Nein So Alles klar Jetzt muss ich wieder Oh der duckt sich jetzt auch gerade so schön Langsam 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 Komm schon Komm schon Komm schon Nein Was denn Wieso Mein Ding Das war doch voll gut von mir Das war Ich war voll langsam Voll Das Alter Das ist doch voll langsam und zärtlich Oh mein Gott Oh mein Gott Äh Oh komm schon jetzt Du fährst jetzt nicht schon wieder da runter Peter Sehr gut Sehr gut Sehr gut Komm schon Komm schon Komm schon Ahn Das war Trüpper Okay Jetzt Für aufhören Oh der hat auch Die Nippel kann man auch hier überfahren Mehr oder weniger Und jetzt müssen wir mal Gas geben Jetzt müssen wir Gas geben Bam Lol Was Wie Okay Alter Was ist das denn Okay Jetzt müssen wir mal Jetzt müssen wir mal richtig Ah Jawoll So gehört sich das Und nicht anders Nicht anders Gehört sich das Yeah Nichts lechter als das Mein Kopf ist weg Okay wir dürfen ja Checkpoints benutzen Wie kann ich denn aufmachen Lol Ich hab ein bisschen beskript Jawoll Sehr gut Ich darf noch ein Checkpoint benutzen Noch ein Checkpoint 2 So Okay Jetzt machen wir das Huuu Okay Geschafft Das war einfach Bottle run Lol Das war fail Okay Jetzt darf ich ja den dritten Checkpoint benutzen Dritten Checkpoint Jawoll Aber mit dem Vorderrad richtig draufhauen Ja Bam Oh my god Lol Was ist das denn hier Wieso zittert das Lol Okay alles klar Bottle run Ah ja Bottle run Bottle run Jetzt muss ich aufpassen Jetzt Nein Was ist das denn Das kann man doch gar nicht schaffen Oder Okay Okay dem Bottle run Gebe ich jetzt noch eine Chance Zu funktionieren Ansonsten benutze ich den nächsten Checkpoint So Ja komm schon Geh mir noch ein paar Eier hier Geh da runter Nein Wieso denn unbedingt den Kopf Warum immer den Kopf Das kannst du mir doch nicht erzählen Leck mich an der Schnitt hier du Alter Leck mich am Arsch So Jetzt aber Wieder der Kopf Ey das kann aber nicht wahr sein Damit da draußen mäht übrigens gerade jemand der ne Rasen Ich hoffe mal das hört man nicht Das ist bestimmt diese Nougat Schnitte von Happy Rates Der auf seinem Teil da sitzt und gerade unten den Rasen mäht Ja Nur um mir auf die Eier zu gehen Ja Das Problem ist Ich kann das jetzt auch nicht rausschneiden Das Geräusch Also wenn das zu laut sein sollte Ist natürlich jetzt Pech Aber da kann ich nichts dran machen Ganz ehrlich Wie kann man nur so Behinderte Checkpoints bauen Da weißt du Ich will da wenigstens Durch die Checkpoints durchkommen Ohne zu sterben Jetzt fahr da durch Du Motherfucker Hier ey Jetzt aber Jetzt aber Nein Zu weit Zurück Zurück Und wieder nach vorne Und wieder nach vorne Ja So gehört sich das So jetzt aber Oh mein Gott Leck mich am Arsch Was ist das Was sagt die Zeit Leute wir sind schon da voll drüber Leute Ihr sagt aber auch nie was Ihr sagt nie was Zum Abschluss hier noch ein zwei Fragen Gucken wir mal kurz Gucken wir mal kurz Ähm Was ist zur Zeit dein Lieblingsspiel Zur Zeit ist mein Lieblingsspiel Eindeutig Borderlands Also das Das suchtet so dermaßen Das ist echt kranke Scheiße Also wirklich ohne Scheiß Wer das Spiel noch nie gespielt hat Gebt dem Spiel mal eine Chance Ja das ist fast wie Diablo Nur im Ego Shooter Und das ist geil Ja das ist einfach geil Ähm Sitzt du gerade in der Küche Nein Was ist dein Lieblingstier Mein Lieblingstier Mein Lieblings Oh hab ich ein Lieblingstier Hab ich ein Lieblingstier Ich glaube ich hab ein Jetzt kommt mir nicht mit Katze Wegen Jauh Nein es ist kein Äh Nein Es ist kein Ähm Keine Katze Es ist Was ist es denn Ich weiß Ich weiß es gerade gar nicht Ich glaube ich hab Kein Lieblingstier Das einzige was ich nicht mag Sind Spinnen Spinnen hasse ich wie die Pest Weil ich nämlich Angst vor Spinnen Hab also so So Phobie mäßig Weil Spinnen sind einfach Scheiße Die haben viel zu viele Augen Viel zu viele Beine Einen richtig fetten Hinterkörper Und Spinnen so komische Netze Wo man mit dem Gesicht Immer reinläuft Ja Und Die Viecher in meinem Keller Wo ich Beziehungsweise in der Tiefgarage Alter da hängen Spinnen Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen Ey So richtige Keller Spinnen Ja So richtige mit so dicken Beinen Und Boah ey Und die zucken immer so zusammen Wenn man die Autotür zuknallt Alter Das ist so Das ist so abartig Für Fall Spinnen kann ich nicht leiden Ja Damit auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zuschauen Schaltet auch morgen wieder ein Wenn es wieder heißt Happy Wheels Hardy Jauh Wow Der Hardy hat einfach keines 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 Der Hardy hat einfach keines Keines Der Hardy hat einfach keines Keines pony Hari Hari Wow Dry 45 0